Es geschah letzten Sommer. Er hat meine Freunde umgebracht. Jetzt ist er hinter mir her. Er beobachtet mich. Er verfolgt mich. Er lässt mich dafür bezahlen, was wir ihm angetan haben. Ich habe Ihnen schon gesagt, Julie. Der Mann ist tot. Nein. Er ist nicht tot. Er wartet nur ab. Oh, Verzeihung. Die Stunde ist um. Kommen Sie einen Moment her. Ich möchte Ihnen etwas zeigen. Sie sind eine schöne, intelligente Frau. Ich weiß, Sie haben etwas Grauenvolles erlebt, aber es ist vorbei. Sie müssen sich Ihren Ängsten stellen, Julie. Ich möchte, dass Sie mir nachsprechen. Ich kann die Vergangenheit nicht ändern. Ich kann die Vergangenheit nicht ändern. Geschehen ist geschehen. Geschehen ist geschehen. Niemand will mich umbringen. Niemand will mich umbringen. Gut. Und ein letztes Mal. Der Mann mit dem Haken existiert nicht. Der Mann mit dem Haken existiert nicht. Sehr gut. Fühlen Sie sich besser? Die Mann mit dem Haken sein. healed Sie sich besser? Das ist ein Nichtsum. Der Mann mit dem Haken existiert nicht. Arte eine fossilission. Wir haben eine neue Unterricht. Wir lassen das bara planetar. Die Mann mit dem Haken arrangement ist möglich. Der Mann mit dem Haken wird nichts Russisch.